Lisa Jan oder Annika Loske, wer kürzlich zur deutschen Meisterin im Parallelsprint? Lisa Jan auf der Beineisung, die hat den Mitgliedstaat erwischt, aber Annika Loske, die hält der Kriege, die Boote, noch brennt er gleich auf. Der Brot hält vielleicht eine Berlinerin bei Lisa Jan, die jetzt in die nächste Spann von mir kommt und erhoffend sich rennungslos vorbeikommt. Lisa Jan hat sich jetzt einen Vorsprung ausgefahren, doch schon von fast einer Bootslänge. Lisa Jan, die kommt jetzt auf die letzten 40 Meter und fährt ihrer Titelverteidigung entgegen. Lisa Jan auf der Beineisung, jetzt hier. Jawoll, deutsche Meisterinnen-Familie spielen. Herzlichen Glückwunsch. Liebe Zuschauer, hier in Dürburgring, einen großen Applaus für unsere alte, neue deutsche Meisterin aus Berlin, Lisa Jan. Und die 10. Medaille, die geht an den KC Potsdam. Riefenlehr für Annika Loske.